Die Top 5 besten JBL Sport Kopfhörer mit Bluetooth Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear Bluetooth Kopfhörer in schwarz getestet und bin sehr zufrieden damit. Die kabellosen Ohrhörer haben einen klaren Sound und dank des integrierten Mikrofons kann ich auch problemlos telefonieren. Die Musik-Streaming-Funktion hält bis zu 20 Stunden und das Ladecase ist super praktisch, um die Ohrhörer unterwegs aufzuladen. Das einzige Manko ist, dass die Ohrhörer manchmal ein bisschen aus dem Ohr rutschen, aber das kann auch an meiner Ohrform liegen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es jedem empfehlen, der nach kabellosen In-Ear Kopfhörern mit gutem Sound sucht. Ich habe die JBL TUNE 230 NC TWS In-Ear Kopfhörer ausprobiert und bin begeistert. Das True Wireless Bluetooth System ist sehr praktisch und komfortabel zu tragen. Die Active Noise Cancelling Funktion sorgt für eine klare Soundqualität auch in lauter Umgebung. Das Ladecase ist sehr handlich und ermöglicht eine lange Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Die schwarze Farbe sieht sehr edel aus und passt zu jedem Outfit. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem hochwertigen In-Ear Kopfhörer ist. Ich habe die JBL Wave 300 TWS True Wireless In-Ear Bluetooth Kopfhörer in schwarz seit ein paar Wochen in Gebrauch und ich bin total begeistert. Die Klangqualität ist unglaublich gut, mit klarem Sound und toller Bassleistung. Sie sind sehr bequem und passen perfekt in meine Ohren. Das integrierte Mikrofon funktioniert einwandfrei und ich kann problemlos Anrufe tätigen und empfangen. Die Batterie-Lebensdauer ist auch beeindruckend, mit einer Musikwiedergabezeit von bis zu 26 Stunden dank des mitgelieferten Ladecase. Insgesamt sind das großartige kabellose Ohrhörer mit einer ausgezeichneten Gesamtleistung. Sehr empfehlenswert. Ich bin sehr zufrieden mit den JBL Wave Beam kabellosen In-Ear Ohrhörern. Die IP54 und IPX2 Wasserdichtigkeit macht sie perfekt für den Gebrauch beim Sport oder in regnerischen Bedingungen. Die Freisprechfunktion ermöglicht es mir, Anrufe entgegenzunehmen, ohne die Ohrhörer herausnehmen zu müssen. Und die 32 Stunden Akkulaufzeit bedeutet, dass ich sie tagelang verwenden kann, ohne sie aufzuladen. Das Schwarz-Design sieht auch sehr stilvoll aus. Insgesamt sind diese Ohrhörer ein echtes Juwel. Ich bin begeistert von den JBL Live Free NC Plus TWS Kopfhörern. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung in blau sind stylisch und leicht zu bedienen. Die Qualität des Sounds ist unglaublich klar und definitiv eine der besten, die ich je gehört habe. Die Akkulaufzeit ist auch sehr beeindruckend, ich habe bis zu 21 Stunden genossen, ohne sie wieder aufladen zu müssen. Die mitgelieferte Ladebox ist auch unglaublich praktisch. Der Preis ist zwar etwas hoch, aber in Anbetracht der Qualität und des Komforts, den diese Kopfhörer bieten, ist es jeden Cent wert. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach kabellosen Kopfhörern mit guter Soundqualität und Geräuschunterdrückung ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.